Wow, was ist das für eine Wecke? Ich muss mich mal beibringen. Gut, Atmen, hab ich gesehen jetzt. Wenn wir das Kurz-Kurz-Spiel jetzt verbessern von Christian. Wir sind jetzt wirklich schon sehr weit. Die Grundschläge beherrscht Christian alle. Wir haben ein gutes Spielprinzip aufgebaut mit der Vorhandorientierung. Jetzt spielen wir kurz kurz. Und zwar spiele ich den ersten aus der Vorhandhälfte einmal kurz in die Rückhand. Er legt kurz zurück. Dann spiele ich lange Vorhand oder nochmal kurz in die Rückhand. Das heißt, diese beiden noch ziehen. Nochmal. Ich lege kurz hier hin. Leg es kurz zurück. Dann spiele ich entweder lang in Vorhand und ziehe es parallel. Oder kurz in die Vorhand. Du flippst. Wenn du es nicht schaffst, schaffst du es. Alles klar. Alles klar. Dann spiele ich zum Teil dieser die Hand. Na. Jetzt map ich die Gotließ. Dann eine Halbposition. Ah, jetzt morgens dr firstly Da Ayakata Fl belangrijk Ragnos Tief bleiben, genau tief. Ja, jetzt habe ich gerade ein Problem, weil es nahe aus dem Parallel zu ziehen, weißt du? Ja, ob sie können. Oder solltest du können. Wenn ihr vorne steht, könnt ihr gegen den Fersen zurück. Tief bleiben und jetzt, wenn du ziehst, rechts auf links. Dann machen wir noch mal Vorhand. Jetzt rechts auf links. Dann noch mal. Besser. So, wieder die Falle jetzt. Fünf Minuten, ne? Nach zehn Minuten. Ja, bitte, Schatz, ja. Zehn Stunden. Fünf. Na, oder zehn. Gut, vier. Weiter. Schön hoch. Exzellent. Eins. Umsetzt, umsetzt, umsetzt. Ja, ja. Umsetzt. Und hopp. Nochmal. Ach, schön. Ach, schön. Jetzt kurz Rückhand ablegen. Ich spiele kurz Vorhand oder Langrückhand. Das heißt, genau die anderen jetzt, ne? Das ist auch eine eher Variante, eine ehere Variante, weil man spielt ja eher kurz in die Vorhand, weil man dadurch nicht so gut flippen kann wie mit der Banane mit Rückhand. Die Leute spielen ja lieber einen langen erst in die Rückhand statt in die Vorhand, ne? Also jetzt die schwerere Variante und die üblichere im Spiel. Kurz ablegen. Dann entweder da oder da. Rückhand über den Ball gehen. Keine Rücklage. Schön nach vorne. Gut. Gut. Schön. Das waren die beiden Kombis. Okay, na? Nach dem hier. Immerhin der Schwachsinn. Ja, so. Zurück. Zurück. Wow. Was ist das für eine Wecke, ey? Ich muss es mir mal beibringen. Gut, schön. Ja. Mal tief bleiben. Ah, hier ist einfach. Aber das ist natürlich gefährlich. Lässt das in die Runde. Ja. Wenn du, guck mal, wenn du einen hier im Spiel hast und dann hier hin sitzt, kommt der fest gar nicht dahin. Also das ist so parallel als Ripp ist nicht so gut. Da sind die meisten erst direkt passiert. Und dann kannst du das Daten hier so direkt. Okay. Let's daten. Gut. Ja, super. Ja, passt so. Und fünf. Geil. Gut. Ja, ist schwer. Danke, hast du aber was gut ist lustig. Ja, wenig Spinde. So wenig Spinde. Bisschen mehr, weißt du? Ich hab's gar nicht gemerkt, ja? Du fängig Spinde. Ja? Du hast aber gesehen, dass der lang ist. Ja, ja. Das muss man auch mal finanzieren. Letzte Falle. Nein, wir mal drauf. Ah, es ist okay. Finale deinst … War jetzt irgendwie besser, aber ich hab halt besser ein Gefühl hier so. Wie soll ich das beschreiben? Ja, das ist langsam. Nicht mehr ganz so unberäumt. Du weißt, was passiert. Das sind Autobahnen im Kopf, die sich langsam melden. Jetzt spielen wir das noch einmal. Kurz, dann alle Positionen. Das wird jetzt nicht drücken können. Kurz, dann alle Schleppositionen. Aber es kann dann landen, kurz, egal was. Der kommt entweder da, da, da oder da. Alle, das kommt in die Vierecke. Die letzte Halte. Von aller Positionen. Okay, so. Spannung. Stopp. Das ist der erste Halte. Von aller Positionen. Ich habe es heute noch mit dem Darm. Es geht, es geht. Ich kriege es hier. Doch, doch. Komm, dann weiß. Das ist nicht einfach jetzt. Ja. Komm mal. Ja, das muss er. Ja, schau. Komm, starten. Eins. Komm. Gut. Gut. Noch zehn. Hey, hey. Wir müssen den Brotzen nutzen noch. Das ist der. Nein. Passt. Gut. Gut. Acht. Neun. Sieben. Fünf. 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 Vier. Drei. Zwei. 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 Eins. Zwei. Zwei. Ja, das ist schwer. Ja, keine Frage. Aber hast du die Bewegungsanläufe zumindest, oder? Es ist zumindest noch ein bisschen was auf der Platte zu machen. Das ist jetzt noch nicht...